Willkommen zu meiner Leseliste vom Monat August und ich habe mir wieder viel vorgenommen und mal schauen, ob ich im August diese kleine Leseflaute endlich ein bisschen besiege. Als erstes möchte ich lesen One Last Shoot und das habe ich nämlich schon lange. Ich habe aber jetzt sehr viele negative Bewertungen gelesen, weswegen ich dann nicht mehr ganz so viel Bock drauf hatte. Friends to Lovers und Second Chance. Eigentlich so voll mein Trope. Hier geht es um Amazon und Deo und sie waren als Teenager unzertrennlich, aber gerade als sie sich endlich ihre Gefühle füreinander gestanden hatten, zieht Amazon dann zurück nach L.A. und bricht den Kontakt auf. Doch zehn Jahre später ist sie ein gefragtes Model und Deo ein Modefotograf und trotzdem trennen sie Welten. Eine Erinnerung auf dem Handy erinnert die beiden an den Heiratspakt, den sie einst verbanden und Amazon wird klar, dass sie Deo wiederfinden muss. Warum ich sage, ich nehme mir viel vor, obwohl ich ja nur vier Bücher zeige und bisher nur eins gezeigt habe. Naja, es ist ein sehr dickes Buch, was ich vorhabe und zwar von Chloe Walsh. Ja, man sieht schon, die dicke. Es hat über 600 Seiten. Es hat 788 Seiten. Wow. Ja, aber ich finde, es ist so ein richtig cooles Buch, glaube ich. Es ist sehr gehypt gewesen auf TikTok. Es sieht ja auch schon richtig, richtig schön aus. Hier geht es um Johnny Kavanagh und er hat alles. Auf dem Rugby-Field ist er an der Macht, auch wenn er von einer Verletzung geplagt wird, die er ständig ignoriert. Alle wissen, dass er auf dem Weg an die Spitze ist, aber das bedeutet, er darf sich keine Fehler und keine Ablenkung erlauben und nicht einmal das schüchterne Mädchen an dem College mit den traurigen Augen und den blauen Flecken, die sie zu verstecken versucht, darf ihn eigentlich ablenken, denn er muss sich konzentrieren. Ich bin ja gespannt, ob da sich die ganzen Seiten lohnen, weil so ein dickes Romance-Buch ist echt nicht normal, oder? Dann möchte ich endlich mal wieder einen Justiz-Krimi lesen und zwar von Schwicker und Zorkos, der 13. Mann. Ein Buch, was schon lange auf meinem Sub liegt und der zweite Band dieser Reihe ist. Und ich muss sagen, ich liebe Justiz-Krimis. Hier geht es wieder um Rocco Eberhard und in seine Anwaltskanzlei kommt Dimo Krampe. Er wollte seinen Freund Jörg einen Skalern von einer Morner Sprengkraft aufdecken und nun ist Jörg verschwunden. Er mordet, wie Rechtsmediziner Justiz-Jama angesichts der Wasserleiche auf seinem Tisch vermutet. Und auch Dimos Leben scheint in Gefahr, denn seine Enthüllung ist wahrlich brisant. Im Rahmen eines Experiments hatten Berliner Jugendämter noch bis 2003 Pflegekinder bewusst an pädophile Männer vermittelt, auch Dimo und Jörg. Und ich glaube, es könnte richtig gut werden. Es ist nämlich ein Justiz-Krimi und ich liebe solche Justiz-Sachen. Dann habe ich vor, vor uns das Rauschen des Märes zu lesen. Davon habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört und es sieht auch wunderbar schön aus als Cover. Früher war Sophie jeden Sommer auf Sylt bis zu dem Tag, an dem ihr Vater wegen angeblich illegaler Geschäfte verhaftet wurde und das ihrem Leben verschwand. Noch heute quälen Sophie die Fragen, was damals wirklich geschah. Als ihr Vater dann stirbt und sie das Ferienhaus erbt, beschließt sie zurückzukehren und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nur hat sie nicht mit Maximilian Rose gerechnet, dem Sohn eines reichen Hotelketteneigentümer. Als Mittel zum Zweck könnte er ihr bei ihrer Wahrheitssuche extrem helfen. Doch je näher sie sich beide kommen, desto schwieriger wird es für Sophie den Plan umzusetzen, weil sie sich natürlich eben doch in ihn verliebt. Ich hoffe, so schön im Sommer einfach draußen zu lesen mit einem Buch oder einem E-Book. Ja.